Wie wäre es mit einem kleinen Abenteuer direkt vor deiner eigenen Haustür? In den vergangenen Monaten hat unsere Community nach Erlebnissen gesucht, die sich mühelos in den Alltag integrieren lassen. Dabei habt ihr uns zahlreiche inspirierende Geschichten geschickt. Und nun ist es soweit. Wir präsentieren die stolzen Gewinner unserer Suche. Platz 3 geht an Markus, der uns mit seinem Paraglide-Abenteuer in die Lüfte entführt. Den zweiten Platz erklimmt Carola, die in den frühen Morgenstunden den zauberhaften Sonnenaufgang am Berg erlebt. Und der absolute Höhepunkt gebührt Anna-Maria, die uns mit dem karibischen Flair am Fuschelsee verzaubert. Lass auch du dich von der Begeisterung unserer Gewinner inspirieren. Auf rechargelive.at findest du unzählige Ideen für dein nächstes Micro-Adventure in Österreich. Klick dich gleich durch alle Kategorien durch. Egal ob Sommer oder Winter, es ist für jeden etwas Passendes dabei. Micro-Adventures. Let's explore with Skoda.